Und Willkommen bei einem neuen Part von Yu-Gi-Oh! Ja, im letzten Part war es ja nicht so besonders berauschend. Da habe ich auch einige Worte gesagt, die am Rande der Unverschämtheit waren. Sorry dafür. Aber ich will jetzt nicht weiter darüber diskutieren. Es geht weiter mit unserem Duell. Diesmal ist es wieder ein normales Duell gegen Sir Rendsburg. I shall burn in Trümmer Dings' Eyes, the glorious sign of a true knight. Let the choose begin. Das werdet ihr ja schon sehen. So, jetzt fangen wir uns mal jetzt weiter an, damit wir sofort angreifen können. So. Na, jetzt mach hin. Ich spug mal vor. Blablabla, los geht's. Er spielt Goblin Angriffstrupf. Ja, ihr seht, wie stark er ist. Er hat hier fast alles voll. Und hat ein ausgeglichenes Deck. Also gut, Goblin Angriffstrupf. Wir haben Gierfried. Den können wir aber nicht mit Ausrüstungen ausrüsten. Das ist ein bisschen blöde. Es wäre, glaube ich, das Beste, wenn man zuerst seine ganzen Zauber- und Fallendinger da wegkriegen. Jawohl. Sehr schön. Und, ähm, ich hoffe, das geht bei Gierfried. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Die verdeckt. Und die verdeckt. Und Endphase. Das müssen wir zuerst erreichen. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Das selbe wie wir. LOL. Aber ich gebe mich noch nicht geschlagen. Denn der Effekt von dieser Falle hier ist, ähm, es kann eine Kale zerstören, wenn sie durch den Effekt zerstört wird. So, jetzt wurde sie zerstört. Und jetzt, äh, können wir seinen Goblin zerstören. Aber ich glaube, Gierfried zerstört sich jetzt selber, ne? Weil er mit einer Ausrüstung ausgerüstet wurde, oder? Ne, doch nicht. Nein, das wäre sogar eine Kombi gewesen. Das zerstört wahrscheinlich nur die Ausrüstung. Also, wäre es eine Kombi gewesen, ja. So, hier haben wir jetzt ein Monster, das wir ausrüsten können. Blündender Käpt'n hat allerdings halt so eine hohe Grund-ATK. Ähm, aber egal. Trotzdem werde ich ihn verstärken. Mit der... Mit dieser Klinge und mit der Blitzklinge. Das müsste seine Angriffskraft um 2800 erhöhen. So, Gierfried zerstört mal sein Monster. Yep, sehr schön. Sein Monster hatte unter 1800 Angriffspunkte, äh, Verteilungspunkte. Und der direkt Angriff. Endphase. Jetzt ist er wahrscheinlich wütend auf uns. Wäre ich zumindest, muss ich sagen. Und was macht er? Bitte mach nichts, bitte mach nichts, bitte mach nichts. Sehr schön. Eieiei, ich hatte mal, äh, wo ich das zum ersten Mal gezockt habe, das Game, da hatte ich totale Probleme bei dem und hab ständig verloren. Aber jetzt scheint es nicht demnach so zu sein. So, rollen wir uns Gierfried, die Legende. Oder, ne, Gierfried, den Schwertmeister. Jetzt haben wir schon zwei heftige Monster. Reicht es, um ihn zu auszurschen? Ähm, 5000, ja, das reicht locker. Und zack. Bam, 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 bam. Ich dachte, wir brauchen hier, äh, auch wieder so lange wie beim letzten Mal. Aber nun, gut, haben wir mal Glück gehabt, und wir haben gewonnen. Juhu! Nach dem sechsten Zug. We have a winner, Kevin AP. Ne. We have a winner, Kevin AP is dominant on the preliminaries, that carry is right on over. Uuuh. My blade has been rumbled. The victory is right for use. Okay. Safen, 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 das ist das wichtigste. Safen. Eheh, 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 eheh. Diese Musik wollte ich gar nicht tun haben. Die ist von dem Crack, den ich mir untergelegt habe. Für Sony Vegas. Äh. We have been waiting for you, Duel Lost. Next up to the semifinals. Are you ready? Yes. Good. Then head on over to the Duel Field. I'm expecting a super Duel. Super duper Duel. Ehi, ehi, ehi. Jetzt kommt, glaube ich, gegen Akiza, kann es sein. Just what kind of monsters will appear. Keep your eyes pre-lit. Oh my god. You, we made before I did the underground Duel Arena. And here it was Omega again. You're down with the wretched Dragon Mark. You don't know how much I load it in myself. I can't and I won't lose. I will pipe you and your Dragon Mark out. Oh, die scheint ganz schön sauer auf uns zu sein, ne? Hmm, Brocken und Wosw warum. Ehi, ehi, ehi. Ja, gegen die haben wir ja schon mal gewonnen, oder? Weiß gar nicht, haben wir verloren gegen die? Ne, wir haben gegen die gewonnen, ne? Second to go, damit wir die angegriffen können, so. Sie spielt ihren Weltraum. Giant Equivalentus, oder was weiß ich, wie diese Karte heißt. Diese Karte hat 50 Punkte mehr als Gifried. Wir müssen uns hüten. Wenn diese Karte ist rollt und die Reste und die Bezels in die Gravehards, Sie können einen 1erz-Monster aus dem Typ, äh, Warrior of... Hey, ich werde mit der Sprechklasse bitte, danke. Waffe an Attack of 5... ...1015 oder less in... Na gut, wie machen wir das jetzt? Wir können Blitzeinschlag spielen. Die können wir uns aber auch aufheben. Hmm. Na ja, ja, komm, ich spiel' Blitzeinschlag. Denn diese Angriffskraft, ähm, ist zu heftig für uns. Ja, jetzt kommt der Blühner, der Karte, der Blühner, sehr viele Städte und Dörfer. So, dann rufen wir uns Gifried. Zack. Und direkter Angriff. Spiegelkraft. Ja, doch nicht. Zack, No Mercy. Keine Gnade, auf gut Deutsch. Gibt's auch so ne Arena in Wrestling-Gest, nur mal ist sie, ne? Ich bin nicht der besondere Wrestling-Profi, aber... Ich denk schon, oh man. Lol, die wird zerstört, du. Oh, ist die blöd, 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 ist die scheiße, 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 oh Gott. Man hat hier das gemacht, hier weiß wohl nicht, dass... ...Gifried nicht von Ausrüstungs-Server-Karten betroffen werden kann. Naja, Sommer, seine Ehre-Karte war nun nötzlos, also das ist echt ne geile KI. Ah, fuck, Gifried ist zu schwach für ihr Monster. Die ist auch echt heftig, muss ich zugeben, 300 Angriffs für jedes Pflanzen-Monster. Naja, das können wir nur verteidigen, momentan. So, sie ist dran. Oh, nein, sie opfert ihr Monster für Feen-König-Tuesday. Oh, mein Gott. Ist das doch kein König, oder? Das sieht ja aus wie ne weibliche Person muss... Muss... Musst ihr doch zugeben, oder? Ach, scheiße. Schade, dass wir keinen Gifried mehr haben. Hä, was ist denn Effekt? Effekt, Effekt? Hä? Ah, ja. Okay. Ah, haha, das ist ja schön. So. Können wir jetzt ein Monster vom Fürchtdorf, oder müssen wir die... Ach, wir müssen die aus dem Spiegel entfernen. Aber was bringt diese Karte dann? Naja, okay. Ich kenne den Effekt von dieser Klinge nicht besonders. Wir müssen uns weiter verteidigen. Ich will aber jetzt kein Mal, dieses Monster opfern. Lieber riskiere ich einen direkten Angriff. Scheiße, die GF-Bild wurde aus dem Spiel entfernen. Das heißt, diese Karte ist nutzlos. Ich dachte, die kann man sich zurückrufen. Oder wenigstens auf die Hand. Naja, ist egal. So, natürlich aktivieren wir den Effekt. Was holen wir uns denn? Drücken Elixie können wir uns holen. Mach' ich sogar. Die können wir opfern, und dann können wir ihren Monster wiederum opfern. Dann spielen Matarze, der Zappa, rüsten ihn aus und greifen sie zweimal an. Legt an. Das ist doch mal eine coole Taktik. So, Death Mode Kommando. Boom. Ja, toll. Welt, warum? Ich hab so viel Angst. So, Matarze, der Zapper. Ohne zu zaudern. Oder zu zappen. Äh, zappen. Gibt's aber zappen gar nicht, keine Ahnung. Ausrüsten. Jetzt hat er 16.000. Nee. 1.600. Das rede ich hier. 16.000 der Hem. Aber er kann zweimal angreifen. Das heißt, 3.200 kriegt er Schaden. Zack. Und Endphase. Sie hat nicht mehr viel, ähm, Lebenspunkte übrig. Und ich pausier mal kurz. Oh, hier bin ich wieder. Ich seht, mein Gehfried ist weg. Ja, er hat, äh, sie hat, ähm, nichts wiedergeboten, ihr Fäden-Dings da wiedergeholt und dann, zack, unser Mann zerstörte. Während ich da pausiert habe. Gott, ich seht, mein Gehfried ist weg. Na ja. Ähm. Ja, spielen wir Tarser, der Zapper, oder? Ne, Quatsch. Das ist ja... Der liegt ja gerade auf dem Friedhof, ne? Nix, Tetris. Das muss ich echt entfernen aus meiner Playlist. So, ich habe gerade was zum Trinken geholt. Oh, Mann. Zwei Spielmarken. Ein direkter Angriff, und wir haben gewonnen. Aber das wird, glaube ich, nicht so wahrscheinlich sein. Jetzt ist sie enorm im Vorteil. Ui, 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 jetzt ruft sie sich wahrscheinlich Ding. Ja, genau. Das ist ihr stärkstes. Na ja, ja, okay, eine ihrer stärksten, die stärksten ist die schwarze Rosentrache. Ja, und auf die direkten Angriffe kann ich verzichten, weil die langweilen mich einfach nur. Oh, super. Und tschüss. You lose. Ja, ich weiß. Du hast verloren. Gib mir deine ganzen... Dein ganzes Geld und deine Karten oder deine beste Karte ausmacht. Ja, ich weiß. Na, okay, so wird sie auch nicht. Second to go. So, jetzt heben wir uns mit deinem Schlag auf. Sie spielt wie die ihren Löwen. Wir haben zweimal Verstärkung für die Arme. Dann holen wir uns halt zwei Monstrischchen. Welches holen wir uns denn? Das da holen wir uns. Und, ähm... Noch eins können wir uns holen. Und zwar holen wir uns noch einen plündenden Käpt'n. Na, wo ist er denn? Hier. Okay. Dann... Spiel mal den plündenden Käpt'n. Ja, dann spiel mal den plündenden Käpt'n. Und holen wir uns den Kommando-Ritter auf die Hand. Äh, aufs Spielfeld. Was rede ich hier? Jetzt kommt noch die Klinge dazu. Und erhöht seine Angriffskraft. Wir müssen das Kalle abschmeißen. Ist mir schon klar. Blitzeinschlag. Wie viel erhöht ist die Angriffskraft um 500? Sehr schön. Rüsten wir den aus. Der Effekt von der, ähm... Also alle, die Kriegermonstre angreifen wollen, müssen zuerst dieses hier angreifen. Glaube ich zumindest. Oder ist es bei der Karte. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Aber egal. Erstmal weg mit seinem... Nein! Er will jetzt selbstmord. Oh, je, je, je. Wie witzig. Er versucht selbstmord zu begehen. Na, zurückholen kennen wir uns. Die leiden nicht. Dann spiel mir die Mauer des einhöhennden Lichts. Sie hat ja ihre... ähm... Karte-Show verschwendet. Ihr mystischer Raumteilfun. Das heißt, unser, ähm... Unserer Mauer wird jetzt einige Zeit lang auf dem Feld bleiben. Und es ist mir egal, dass er angreift. So, Mauer des einhöhennden Lichts. Wir zahlen 3000 Lebenspunkte, um alle Monster... Angriffe zu annullieren, die... ähm... weniger als 3000 Angriff haben. So, jetzt sind wir einigermaßen geschützt. Trotz allerdem setze ich sie in die Verteidigung. Weil ich jederzeit, ähm... unsere Falle zerstören kann. Und dann... würden wir Lebenspunkte verlieren. So, sie spielt... Oh, man. Sie ruft ein Monster als Spezialbeschwörung. Und zwar ihren scheiß Löwen. Was will sie mit nem Löwe? Löwe sind scheiß. Ich mochte... Ich hab Löwen noch nie gemacht. Auch Königin der Löwen mag ich nicht. War ich immer, äh... gelangweilt da. Im Kino. So. Was macht sie denn jetzt? Sie spielt einen zweiten Löwen. Oh mein Gott. Es hätte sie nicht schon genug Löwen. Königin der Löwen. Die können wir spielen, falls sie schwerer Stumpe wendet, um uns eure Mauer zu zerstören. So. Sie ist dran. Was macht sie denn? Sie spielt einen dritten Löwen. Oh mein Gott. Wenn sie noch ein spielt, kann sie uns angreifen. Das heißt, wir müssen... einen Monster von ihr langsam streuen. das wird heftig das wird heftig aber wir können sogar angreifen ja stimmt habe ich ganz vergessen habe ich ganz vergesst so wie wollen wir mit den angreifen 2000 verteidigung so hat man vier sterne gut dann spiele ich jetzt diese hier ihre monster gehen in die verdeckte jetzt spielen wir die kriegerin und nach ein ihrer löwen fähig sagt er ist ja 20 verteidigungskraft allerdings kommt der effekt unsere die kriegerin wir entfernen beide karten aus dem spiel und tschüss man sie ist dran ich dritte wieder einen schluck man rückt er mich auf was macht er jetzt dann meint mich die mystical vor ist die musik passt den ritten einmal lieblings soundtracks klick klick deine zeit läuft ab für höhe aber erst mal tschüss wie zu ihrem notdünger oder wie die auch heißt was hat die gebracht keine ahnung reihe wir können nichts machen wir können nichts machen wir können nichts machen city after dark kecken 6 music und martin die urvorschaltkröte in ihrem deck verstehe ich nicht ich verstehe ich nicht naja oh mann am nächsten so kann sie angreifen dann haben wir eine arschkarte gezogen wir müssen schnell eins ihrer monster zerstören das stören wobei ne ihr monster kommen immer noch nicht auf den armen die angriffsstärke unserer monster heran aber jetzt machen wir erstmal eine ihrer löwen fertig nicht ein bisschen löwen jagen ein bisschen löwen jagen ich bin mir gut das klein ja du ah wir haben die glia-pflanze erwischt ja das geht eigentlich auch so mir egal was ihr über triebe wirkt endphase Was machst du denn jetzt? Was machst du jetzt? Sie spielt ein verdecktes Monster, das wir gleich zerstören werden. Sie will ihre Löwen nicht switchen in die Angriffsposition, weil wir eine höhere Angriffskraft haben. Naja, gut, dann holen wir sie einfach mal her und zwar, also, dann zerstören wir sie durch Effekte mit unserem Ninja-Mais. Boah, naja, okay, sie zahlt 4000 Lebenspunkte, um unser einziges zu zerstören. Reine Verschwendung. So, ein bisschen Löwen jagen. Und Tschüss. Das war Löwe Nummer 2. Endphase. Na, was machst du jetzt, hä? Unsere Lebenspunkte sind jetzt ausgeglichen, da du deine scheiß Falle aktiviert hast. Sie entfernen zwei ihrer Zählmarken, oh nein. Ich hab's geahnt, sie kann eine Kale von uns zerstören. Oh nein, oh nein. Was machst du denn jetzt? Ist es bekloppt? Ich werde bekloppt. 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 Lalalala. Ja gut, kann sie ruhig machen. Ich spum mal vor. Bla, 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 oh, sie killt uns genau. Ja komm, das bringt dir doch gar nichts mehr. Ja gut. Wir haben jetzt zum Glück unendlich Versuche. Wir können gar nichts verlieren. Wir können es immer wieder neu versuchen. Außer wenn ich keinen Bock mehr habe. Und es wird wahrscheinlich bald kommen, denn nach diesem Duell wird es, ich glaube, ne, nach diesem, dann kommt noch ein Duell, glaube ich, ne? Also jetzt kommt noch ein Duell und dann kommt noch eins. Und dann wird es echt asozial, was das Spiel dann von einem verlangt. Da muss man gegen, ja, das sage ich nicht, ich spoil hier lieber nicht, ne? Das werde ich ja dann schon sehen. Die spielt wieder einen schwulen Weltbaum. Ist das schwul, was? Ja, stimmt, sie steht auch Männer, also ist das schwul. Gute machen wir es so. Zack, Angriffskraft um 700 erhöhen. Zack, Blitzklingel. Zack, Angriffskraft um 800 erhöhen. Ja. 2000 kann zweimal angreifen. Sie kann immer angreifen, je nachdem wie viel Ausrüstungshaber-Karten auf diese Karte aufgelegt sind. Einmal. Zweimal. Und sie kann auch mehr angreifen, ist ja nice. Und dreimal. So, und falls du irgendwas in der Schandtat vorhat, kommen jetzt die zwei verdeckten. Die werden uns, ähm... Ach, komm mal, der Rose. Ich dachte, ich wusste, dass du was fieses vorhat. So, zack, annulieren. Na, was machst du jetzt? Unser Mann kann dreimal angreifen. Und zack, Goblin-Angriffskraft. Zack, beschworen, zack. Goblin-Angriffskraft greift an. Ufo-Schildkröte, also bitte. Warum hast du eine Ufo-Schildkröte in deinem Scheiß-Deck? Und das kann dreimal angreifen, muhahaha. Muhahaha. Einmal. Ja, komm, deine Blüten 10 Marken, oder was weiß ich für die 10 Marken. Was für 10 Marken, das sind Hilfen dir gar nichts. Zweimal. Und dreimal. Sieg in vier Zügen. Das ging schnell. Quick-Finish-Bonus. Schnell-Abschuss-Bonus heißt das. Uuuh. Und der Gewinner ist KVNP. Oh ja, jetzt kommt das große Finale. Und wenn wir gewinnen, kämpfen wir gegen den Champion, also den stärksten hier, in diesem Spiel. Und es ist wieder ein Turbo-Duell. Seufz. We missed you out here, Duellist. Next, as long are you a fan, is... Are you ready? Yes. Good Danny Hayton over the Duell-Field. I'm expecting a super-duper-duper-duel. Oi 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 oi. For the win of the next Duell, we have prepared something extra special. The right to the battle with our un-un-known Arnold King, Jack Atlas. The following two Duellists have made it all the way. You say Furu and Kevin appear. Oh, jetzt kämpf ich gegen den Protagonisten der 5D-Story. You say Furu. Und die Musik passt sowas von gar nicht. Und los geht's. Warriors Argnet. Alignet. Alignet. Ich mag keine Alligator-Net. Alligator-Net. Oh Mann, ich will das in Solas von Larm. Und gut, wir haben immer noch unser einigermaßen getüngstes Starter-Deck. Ding. Und zuerst Mechanisten verdeckt. Und diese zwei Fallenkarten, die müssen für das erste reichen. Boah. Ich muss gar rülpsen, also boah. Ich bin so asozialisch, ich rülpsen als Let's Plays. Gerüppel-Synchronisierer. Na gut, dann sage ich nur Fallgrube. Auf Wiedersehen. Na, was machst du jetzt, hä? Hä? Hey Leute, wie wär's mit einer Runde Karten? So, Zwillingslaufgache. Den können wir spielen und wieder unser Glück auf die Probe stellen. Ich nehme mir in die Mist, ach, keine Lust draus. So, Kling, Kling. Yeah. Sag Tschüss zu deiner verdeckten Verteidigungs-Team. Ist sowas. Naja. Verteidigungs-Team hätte ihn retten können, aber er hat ihn nicht gerettet. Eisenschutz-Vogelscheuche. Ah, Dimensionsrück. Oder... Ne, Dimensionsgefängnis, sei es die Karte, ne? Die könnte ich vielleicht in meinen Deck reinbauen. Endphase. So, er ist dran. 4 zu 4 steht's. Chunk Synchron. Oh Mann. Weiß, warum kann er es Opfern für? You can tribute on warrior. Warte, warte, lass mich doch erstmal leben. You can tribute on the... You can tribute on warrior type Simon for special Simon. Er kann ein Monster vom Typ Trigger opfern und diese Karte euch spezial beschwören. Elfenbox. Ich zahl per tippe auf Zahl. Äh, Kopf. So, tschüss Mechabunny. Egal, wir können einen neuen rufen. Ist ja nicht so, als hätten wir keinen im Deck. Sonst hätte ich die auch nicht rein getan. So. Und wir kriegen ein neues. Von unserem Friedhof. Könnte man in einen Burner Deck reinbauen, das... Mechabunny 3... Diese 3 Mechabunny's... Hehehe, wollen wir? Oder wollen wir nicht? Ne, ich will nicht. Ich mach's lieber anders. Wobei, doch, ich mach's sogar. Mechabunny in der Angus-Position. Und er kriegt erst mal Damage. Jetzt kommt Riyok here. Wir halbieren die Angriffspunkte seiner Karte. Und fügen sie unserer Karte hinzu. So, jetzt sind wir um einige Stärke an unserem Mechabunny aus 2050. Ach, Eisenschrottvogel-Scheuche. Nein! Das ist schlecht, das ist schlecht. Eisenschrottvogel-Scheuche, ich hasse dich. Endphase. Die Musik hatten wir doch schon in den letzten Part, oder? Da hab ich so lächerlich dumm gesungen, ne? Ich tippe jetzt mal auf Kopf. Head. Head Hunter. Nein! Schon wieder falsch getippt. Ja toll, er erhöht seine Angriffskraft. Ach, der kann mich ruhig zerstören, ist mir nicht so wichtig. Als dass wir Rageki-Brecher jetzt verwenden müssten. Er kommt tausend Schaden, sein Monster wird eh in der Endphase zerstört. Oder? Witzel? Keine Ahnung, weiß gar nicht. Und holen wir uns ein neues Michaelischen. Unser letztes. Endphase. So, jetzt sind wir wieder dran. Der Rechner. Rechnen wir unsere Siegeschancen mit dem Rechner. Erst einmal müssen wir 500 Life Points für unsere E-Elfenbox opfern. Ähm, 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 ja komm, ich flipp's einfach mal. Was soll's? Oder wir hätten zuerst Michaelischen flippen sollen und dann die, dann hätte der noch 500 Schaden gekriegt. Aber ist egal. Vier ständiger Marienkäfer. Nein! Nein! Oh, die ist super. Äh, wie heißt die? Schild, Schildflügel, ne? Das ist turbosynchron. So, flippen können wir unsere Monster leider nicht mehr. Das heißt, wir heben den Rechner uns erst einmal auf. Und er ist dran. Er spielt Sanghan. Oh, ihr Fick von Sanghan, wenn ihr auf dem Friedhof kommt, vom Feld aus, äh, darf man eine Karle mit 1500 Angriffspunkten auf die Hand nehmen. Ist ne gute, äh, Methode, um Exodia, alle Exodia-Karten auf die Hand zu bringen. Allerdings darf man Sanghan nur einmal im Deck haben. Weil es genau sowas befürchtet wird, dass man sich damit alle Exodia-Teile, äh, erholt. Na ja, jetzt vom 3G-Kiebrecher auf diesen Moment hab ich gewartet. Wir schmeißen dies hier hier ab. Und machen seinen Turbo-Träger fähig. Ja, toll, ihr kriegt Gerüppelsynchron auf die Hand, na toll. Oh man, ich muss dauernd schnäuzen. Moment, ich pausier mal kurz, damit ihr das nicht hört. So, Kevin hat geschnäuzt, lol. Oh mein Gott, jetzt haben wir viele Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist aber erst, dass wir Lebenspunkte abgeben. 4, 7, 9 sind 2700 Angriffspunkte. Ja, das, damit bin ich ganz zufrieden. So, erst mal flippen, alle in den Angriffspositionen. Hoffentlich hat er keine Spielkraft, ansonsten, äh, gibt's ein Freak-Out. 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 Ampil, ist my shit. So, daneben mit den anderen zwei direkte Angriff. Und natürlich wieder flippen, reduziert zwar die Angriffskraft unseres Rechners, aber ist egal. In den nächsten Zug machen wir eine Synchro-Beschwörung mit der Krebons. Und dann müssten wir sogar, äh, gute Siege schossen haben. Eine tolle Langweiten ist mich, indem er unsere mystische Box zerstört. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt macht er eine Synchro, oder? Jetzt holt er sich Gerümpelkrieger aufs Feld. Scheiße, 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 scheiße. Effekt, er kriegt die Angriffspunkte aller Monster in Stufe 2. Oh man, nein, mein Marienkäfer. Rache für meinen Marienkäfer. Na, okay, er hat den Zug beendet. Magischer Armschild, hm. Okay, 600, ja, wir können sein Monster zurück auf sein Extradeck legen. So, zurück auf den Extradeck, wenn ich bitten dürfte. Dankeschön. Jetzt kommt unser Krebons, unser Krebons. Hm, ja, wir können eine Synchro machen, ist zwar 600. Ja, komm, machen wir es einfach mal, ist ja egal. Tun uns Gaia. Einmal und zweimal. Er hat einmal, ähm, Eisenschrottwogelscheuche. Das heißt, er wird den Angriff von Gaia annullieren. So. Und da ich weiß, dass er den Angriff von Gaia annulliert wird, werde ich mit dem jetzt nicht angreifen. Und setze er unsere Falle verdeckt. Falls es, äh, äh, irgendwelche Monster mit Spezial holt, was auch sehr wahrscheinlich klingt, weil er hat den Synchro Deck. Die spielen ja auf Spezialbeschwerung. Das einzige, was er macht, er ist verdeckt, er ist jetzt eine verdeckte Karte. Ich glaube, es ist Schildflügel. Kann aber auch sein, dass ich mich irre, deswegen spiele ich erstmal unseren Krug. Ich habe genug von diesem hässlichen Krug, haha. Ja gut, starre Schraubenigel. Kann er vom Friedhof Spezialbeschwören. Hm, und er wird den Angriff von dieser Karte annullieren. Das heißt, ich greife mit dem Krug erstmal an. Und beende unseren Zug. Weil er, äh, äh, Eisenschrautvogelscheuche verdeckt gesetzt hat. Würde je dies bereits vergessen haben. Er setzt seine verdeckte. Hoffentlich ist es keine Spielkraft umsonsten. Freak out! Na gut, äh, wenn wir gewinnen, dann nutzen wir das ja auch. Wären wir ja blöd, wenn wir das nicht nutzen würden. Ja, jetzt kommt seine Eisenschrautvogelscheuche. Hoffentlich klappt der Angriff. Wenn ja, haben wir ihn gewonnen. Juhu, wir haben ihn gewonnen. Yes, I did it. I win. Wir haben den USA besiegt, den Protagonisten. Oh, es ist der 5 Sties. Serie. Und Victory belongs to Kevin Happy. How impressive. The Duelist Dueling board now a new star. The winner of the Fortune Cup is Kevin Happy. Es gibt a big round of applause to boss these Duelists. They gave also quite a show. Yeah. Well, I gave my all. And my card respawned as well, too. I'm glad I got to change the Duel U. I'll just have to get my Star Dust Dragon. Back next time. Hey folks, this tournament isn't over just yet. A special match with the King now. Always the win of the Fortune Cup. Awaits of the King. Eh, win of the Fortune Cup. So, get spievered up on the running. We're in the, uh, Truly Extraordinary Turbo-Dwell. So don't miss the fight of the King's Sentry. We have won. We have won. We have won. Oh, 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 oh. Philipp, nee. Asthmaanfall. 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 Oh, oh, oh. Pff. 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 um eine Decke mit der Ecke noch eine Decke eine Wand neue die werden wir nicht weiter kommen das kann ich euch jetzt schon sagen hier kommt man sehr schwierig weiter hier habe ich auch extrem lange dafür gebraucht und das habe es bis jetzt insgesamt nur einmal geschafft dort weiter zu kommen den Rest habe ich immer mit Tschüss gemacht was uns im nächsten Part Schwieriges bevorsteht seht ihr im nächsten Part und ja seid gespannt drauf es wird echt schwierig bis dann Servus